Kommissar Decker, meine Kollegin Kommissarin Bezich. Volle Zeit! Aus dem Weg! Sorry Mädels, keine Sorge, weitermachen! Ganz ruhig, weiter. Unauffällig folgen sollten sie dem Mund. Die Töle wenigstens als Beweis sichern. Wir waren so dicht davor an die Hintermänner ranzukommen. Hey, du kümmerst dich jetzt erst mal um diese Bestie hier. Nein, nicht einfach Rex. Was, die sind zu uncool? Wie wär's mit Rocky? Hey na, du, ich hab ne Info für dich. Da waren Fotos von der ziemlich ausgelassenen Party dabei. Na ja, da war dein vierbändiger Freund drauf und... Mimi! Wenn Sohn der Geiseln rettet... Die eigene Schwester, die lässt sie verrecken. Da kannst du mir helfen, einen Mörder zu finden, oder? Volle Zeit! Kannst du Ihren Hund mal wegnehmen? Das ist gar nicht mein Hund. Die Sache muss schnell und umfassend aufgeklärt werden. Alles buchstabengetreuer Vorschriften. Und vor allem kein Hundezirkus. Ei, ei, Sir. Keine blöden Spräuche! Wir hatten hier den Köter auf meinen Tatort gelassen. Was spinnst du? Ich würde mal sagen, 1 zu 0 für den Köter. Unser wichtigstes Beweisstück. Who let the dogs out? Who, who, who? Who let the dogs out? Who, who, who? Who let the dogs out? Rocky! Who let the dogs out? Who let the dogs out? Who let the dogs out?